Herzlich Willkommen bei André Talkt Anderswo, der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlogs 627 am Montag, den 19. August 2024. Es ist 23 Uhr und wir haben 16 Grad Außentemperatur in New Abbey. Ja, ich bin heute knapp zwei Stunden von Glasgow weggefahren, habe noch eingekauft dort in einem größeren Supermarkt außerhalb von Glasgow. Und dann bin ich über Land hier rüber gefahren bzw. habe auch eine ganze Strecke Autobahn benutzt. Heute hat es tatsächlich mal den ganzen Tag geregnet. Ununterbrochen, mal stärker, mal weniger stark. Aber wirklich, es hat die ganze Zeit geregnet. Der Scheibenwischer war die ganze Zeit an. Manchmal nur auf Intervall, aber ganz aus konnte ich ihn tatsächlich nicht machen. Ja, hatte ich die letzten fünf Monate wirklich kaum. Also wirklich kaum, dass ich ganze Tage hatte, die es so komplett durchgeregnet hat. Keine Ahnung. Es ist ja Vollmond irgendwie, glaube ich. Wenn ich hier rausgucke, sehe ich den zumindest heute oder morgen. Ich weiß es gar nicht so genau. Ist ja auch wurscht. Wer weiß, vielleicht liegt es da dran. Ich habe keine Ahnung. Ich stehe jetzt hier an einer Ruine einer alten Abtei. Der Name sagt es ja. Und da werde ich morgen mal mich ein bisschen umgucken. Ich habe den Stellplatz rausgesucht über eine App. Und ja, hier kann man eben stehen, kostenfrei. Beziehungsweise ich glaube, es gibt noch eine Möglichkeit zu spenden. Das muss ich mir morgen nochmal angucken. Ich bin nämlich relativ spät angekommen heute hier und habe dann aufgrund des Regens dann auch nicht mehr mich umgeguckt. Und wo ich gerade vom Regen spreche, es hat tatsächlich auch aufgehört zu regnen. Ich höre und sehe keinen Regen mehr, aber es ist alles nass. Und der Wind war auch ganz schön doll heute. Gerade so die letzte Stunde, die ich hier rüber fuhr, da wurde es doch nochmal ordentlich windig und ich musste echt ein bisschen aufpassen beim Fahren, dass ich da nicht von der Straße abkomme, wenn da so eine Böe kommt. Das Wohnmobil hat ja doch eine relativ große Angriffsfläche für Seitenwind. Und ja, da musste ich so ein bisschen aufpassen. Aber das ging gut. Und als ich dann hier angekommen bin, habe ich jetzt gerade noch ein bisschen gearbeitet. Und morgen werde ich auch den Tag nutzen zum Arbeiten. Ich bin jetzt fast an der Grenze von Schottland nach England wieder. Und eventuell ist das die letzte Nacht in Schottland. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich morgen schon weiterfahre oder ob ich hier oder in der Nähe noch eine zweite Nacht verbringe. Das muss ich mal gucken, wie der morgige Tag so läuft arbeitstechnisch und ob ich dann noch fahre gegen Abend oder ob ich erst fahre und dann. Ich weiß es nicht. Aber ich will mich hier auch ein bisschen umgucken. Es gibt ein paar so ältere Gebäude hier am Ort. Mal schauen, dass ich hier auch nochmal einen schönen Spaziergang einen ausgedehnten Morgen mache. Das kam mir so die letzten Tage auch zu kurz. Klar war ich vorgestern ja auf dem Festival, hätte ich beinahe gesagt, auf der Weltmeisterschaft da. Aber das war natürlich, ja, wie soll ich sagen, ich bin viel gestanden. Also ich war zwar draußen an der frischen Luft den ganzen Tag, aber ich habe mich halt nicht viel bewegt. Mal gucken, dass ich das morgen so ein bisschen wieder mache. Und ansonsten ist es jetzt schon echt komisch, dass ich, ja, dass ich jetzt bald hier Schottland verlasse. Also da bin ich schon echt, echt, es wird jetzt von Abschied zu Abschied, wird es wehmütiger irgendwie. Und das ist schon echt eine komische Situation. Beschäftige mich nach wie vor. Und mal gucken, wie ich dann die letzten sieben Tage in England verbringe oder vielleicht noch einen Tag in Schottland. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Du wirst es hier erfahren, im Podlog auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andré-anderswo.de vorbei. yoga morphants Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020